Das haben wir auch schon mal. Achso, ne, jetzt geht's weiter. Ja, ja, alles gut. Hey, jetzt geht's hier noch nach 0,2. Äh. Ja, der Knopf ist da oben irgendwo. Oder guck ich gerade? Was? Wie? Du? Ach, ja. Ach ja. Machst du da mal Portale hin? Ne, einer muss runter. Genau, und dann... Ne, da muss deins hin. Tschung! Knöpfe, hier muss eine Kugel rein, das höre ich da sehe. Wo kommt die Kugel weg? Ja. Ah, Knöpfe drücken. Knöpfe drücken, Knöpfe drücken. Warte. Ah, diese Bisschen. Will ich LED-Leisten? Ne, ich halte grün. So. Ähm, wollt grad sagen, da ist irgendwie noch irgendwie da und... Die hier oben ist, einmal gucken. So. So, da ist ein Knöpfe. Ja, warte. Dann ab dafür. Weee. So. Knöpfe habe ich gedrückt. Na ja, schön. Den Knöpfe haben wir gedrückt. Na ja, aber jetzt musst du da hinten noch irgendwo hinkommen. Ja, dazu musst du mal wieder runter... Ne, scheiße. Oh, 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 oh. Aber ich kann ja... Ich muss nicht da hin? Ja, ja. Hier, hier ist doch ein... Ja, aber ich muss aber auch irgendwie da oben rauf. Ja, ja, mach ich. Setzt du dir da mal ein Portal hin? Ja, ja, okay, so geht's. Zu kompliziert gedacht. Gut! Überlebe ich das? Boing! Ball, 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 ball! Ah! Oh! 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 Den Sicherheitswürfel. Auf Englisch ist das besser. Den Edgeless Cube. Edgeless Safety Cube. Ja. Ah. Oh, der alte Mann muss seine Wärmflasche hier mal an die Seite legen. Schwitze ich mich ja doof und dusselig. Ah. Electrocuted. Shot. Drowned. Crushed. Burned in goo. Oh, sorry. I was just thinking of all the ways humans can die. You can't die in any of those ways. You just keep testing and testing. With perfect results and no consequences. Du musst du an die Schräge jetzt ein rotes bitte setzen. Ich kann nix machen. Wo bin ich? Jetzt? Äh, jetzt musst du das gleiche für mich machen. Was ist jetzt passiert durchs Drücken? Äh, die Dinger da, die gehen, die haben einen Zeitheim, aber die klappen jetzt zu. Ah, gut, okay. Ähm. Ich muss hier dann ein... Hoppala, was für ein Portal setzen? Ich bin zu doof. Pauschal ein blaues. Hellblaues. Boing. Boing. Well done. Interesting note. I only created this test to watch test-subs explain it, and you didn't. Hehehehe. Man braucht nur einen Mitspieler, den man verarschen kann. Hehehe. Der einem nix krumm nimmt. Kriegst du alles wieder? Schmeiß ich dir nach in Apfel an den Kopf. Hehehe. Wie weit sind denn die Äpfel? Äh, die Äpfel sind, äh, 17. So. Keine Ahnung, ich hab... Ich muss mich morgen mal testen. The best way to build confidence is to first recognize your insecurities. Orange. Can you write down all the ways you feel unworthy, ashamed, or inferior? On second thought, I don't have the time. Just look at how much better you are than Blue. Blue, you are very good at being an example. Und jetzt? Achso, ich muss... Ich soll da reinhüpfen. Buh! Ich bin bereit! Du kriegst Augengräbs. Buh! Und auffangen muss ich... Muss ich denn auch noch, hätte ich fast gesagt. Arschloch. Ja, haha. Ach, warte mal, haha. Ich weiß wie. Ich kann mir vorstellen, wie. Geh mal runter, du gibst mir da gleich hoch. Ja. Oh ja, einfach. Geht's da hinten auch raus? Ja. Ich dachte, du wärst schneller bei dir. Ja, ja. Ja, doch schneller? Doch schneller? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich hab da noch, äh, Standardmodus oder hier schon den, 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 wo du da so ultra... Nein, den normalen Standardmodus, hier wurde da irgendwie auf Zeit und wo Sachen fehlen, dann... Das ist so viel gekloppte. Ja, Brüller. Uiuiui, das ist ja, aber pass auf. Ich hab da noch gar nicht um die Ecke geguckt. Ach, da. Weil das müssen wir jetzt zweimal machen, das geht nämlich auf Zeit. Ja, ja, mach. Also, was ist das Portal, war denn oben? Rot. Rot, glaub ich. Wo bin ich? Ja. Was? So, so einfach geht das. Dann bin ich schwindelig. Sag Bescheid, wenn, dann muss ich auch in die richtige Richtung gucken. Bescheid. Ja. Wo ist der? Rückforfen. Blöd. Ja, komm zum nächsten. Wie, was? Ja, das geht nach Zeit da oben. Ach, ich muss dann da wieder raus. Ah, sag das doch. Nee, du, pass auf. Ja, pass auf. Nein, ich fliege hier erst so durch. Da. Dann machst du ja hier den... Ja, ja, genau. Und dann da direkt den nächsten. Ja, jetzt, genau, eine Insel. Okay. Und Feuer. Da. Nein. Oh? Ich stehe hier so rum. Da war ich, da war ich ja auch. Okay, da habe ich... Ich war so fasziniert davon, dass du geflogen bist. Also, falls irgendwer von den Zuschauern, äh, das kann. Ich suche noch einen Mitspieler. Kommt mir gleich so ein dritter angewatscht. Wenn du die Portale gerade machen würdest, hier, dann würde ich mich auch nicht ständig drehen. Nicht stark, was soll denn das? Oh. Bitte. Danke. Okay, nur aber. Ich glaube. Und Feuer. Erwischt? Auch erwischt. Ui. Und da kommen gleich drei Bälle raus. Warum sind das jetzt so viele Bälle? Na ja, nur so halt. Brezel. Da kam der zu Sicherheit vier raus. Nach dem Motto, die Versagen haben bestimmt noch. Ach, ja. Oh, die wieder weit schliegen. Sehr gut. Ja, 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 ja. Ja! Hüpf da mal drauf. Boing. Boing. Ah, hier der gleiche, okay. Ah, da. Oh, hab ich, äh. Okay. Geh mal, geh mal ein, geh mal ein weiter. Ne, hier durch. Weil ich knall da oben gleich gegen. Ach, warte mal. Ja, da. Keine Ahnung, wo ich dann hin muss. Ja, warte, 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 warte. So, jetzt, Knall mal gegen. Eronimo. Angekommen. So. Ah, okay. Du bist jetzt wieder. Ja, wenn ich jetzt wieder zurückgehe, sind die Dinger weg. Das macht aber nix. Doch, macht doch was. Warte mal, hier ist ja, hier ist eine Schräge, wo ich jetzt vorstehe. Ja. Da musst du dann quasi rausfliegen. Oder wir. Was heißt denn? Was auch, das, kann man da ein Portal setzen? Wo? Ja, hier. Ja. Also, an der Schräge. Ja, das geht doch doch. Dann musst du dein hellblaues dort setzen. Ein hellblaues. Ja, und wie komme ich dann rüber? So. Jetzt bin ich nämlich schon ein, ein weiter. Ach, hier oben ist ja auch einer. Nicht? Nee, warte, eigentlich? Könnte das doch passen. Und hier falle ich wieder da rein. Ja, doch, genau. So einfach ist es. So einfach ist es. Und manchmal wird es mir zu kompliziert. Ich denke gar nicht. Bam! Bam! Mach mich weiter. Ich rüpfe da nochmal hin. Ich gucke in die Haare. Ja, ja, ja. Langsam, mach du. Mach. 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 Gut, den haben wir jetzt schon mal. Ach, der muss da rein. Okay. Da oben muss der noch. Ja. Hä? Achso, ich muss ihn wieder hochgeben. Ja, bitte. Oh. Schleudere dich nochmal. Achso, mein Blau ist weg. Äh, ja, warte mal. Da geht's nämlich durchgeschleudert werde. Wenn du durchgeschleudert ist, passiert nichts. Wenn ich durchgeschleudert werde, ist meine Portale ja weg. Aber dann aus dem. So, wenn du dir jetzt zwei hinsetzt. Äh, macht Sinn. So. Müsste ich ja durchkommen. Hast du? Ja, bestimmt. Ah, ja, genau. Dann mache ich. Wo bist du jetzt? Äh, äh. Ja. Ja. Dann komm her. Ach, okay. Ich wollte gerade sagen. Kannst du da oben? Kann ich. Do you know who dances around like an imissile when they accomplish the tiniest little thing? Humans. That's what you look like, Raffa. You look better than that. Achso, du bist schon weg. Ja. Mach ich gleich nochmal. Wolltest du mir mal einen Kegel klauen, oder was? Mach ich jetzt. Nein, kann ich das? Ich weiß nicht, ob du das kannst. 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 O哦. Das ist eine verdadeige Geschichte. Aua. Wollen wir das umarmen? So. So, anständig jetzt. Äh. Ja, erstmal runterhübschen. Palim, Palim. Kommt auf jeden Fall irgendwie irgendwo ein Ball raus. Ja. Und da links ist ja die Schale. Ja, dann muss der Ball hier durch, da. Da muss der durch, hier durchs Loch. Ja, aber wo ist denn der Knopf für den Ball? Frage, nächste Frage? Ja, irgendwas. So, pass auf. Da kommt der. Und den, und den, und den. Ich mach einfach erstmal hier. Ne, wenn ich da den mache. Dann mach ich da den. Geronimo! Hä, lol. Ja, ne, ist klar. Ich muss irgendwas machen. Ich weiß aber nicht was. So. Da hätte ich wahrscheinlich das nächste Portal, wohin auch immer, machen müssen. Wo bist du denn jetzt? Hallo, wie unten. Ich hab mich... Ähm, du, das war gar nicht mal so eine schlechte Idee. Komm noch mal zurück. Ach, hier kann man durchgehen. Guck mal, guck mal. Scheiße, hier kann man durchgehen. Wenn ich da weiterfliege, fliegst du da oben hin. Und da oben ist der Schalter. Da so, Knopf, ja. Äh, dann mach du mir mal da hinten die Buttons. Ich mach mir hier meine Buttons. Ein Button. Zweite Button. So. Scheiße. Nein, ich war doch nicht so weit. Aua. Ich hab nur den Schatten gesehen. Button. Button. Attacke. Uh. Genau, jetzt musst du das gleiche denn für mich... Kommt doch schon. Okay, musst du nicht machen. Fock. Ich sehe. So, schieß nochmal ab. Ach so. Ich brauch den hier oben aber nicht. Macht aber nix. Watschen. Fang ich. Fang ich. Oh mein Gott, das kommt direkt auf mich zu. So. Ja, komm, hoch und holen wir. Spiel ab, Spiel ab, Spiel ab. Ja, jetzt musst du zurück den selben Weg fliegen. Ja, okay, genau. Dann setze ich mal eine Portale da hin und du machst sie. Ja, danke. Danke. WEEEEEEEEEEEEE! Ach, die Geschichte! Tschüss! War ein Rundkurs, ne? Ja. Gut, das kenn ich dann doch schon. Bleib da! Geht er wieder weg? Ich bleibe da! Wieder hin! Ja? Excellent work! Good job! Ah! Ich glaube, du musst in dem Sprung wegfangen. Ja! Weil so weit kommt er ja nicht. Ich weiß, wo ich die Portale setzen muss. Sonst müssen wir das nur zeitlich irgendwie abstimmen. Excellent! Also, ich bin hier so eine Endlusschleife, ist das okay? Ah! Ja, okay! Kommt! Okay! Nein! So! Oh! Hüpfe einmal im Kreis! Der muss den richtigen Punkt finden! Vielleicht passt der schon! Ah! Oh! Hat doch gereicht! Muss jetzt aufhören mit Hüpfen! Komm ich da mal her gehüpft! Juhi! Juhi! Also, und die nächste Stunde in diesem Video sehen Sie! Im Kreis hüpfen wir versuchen den Ball zu fangen! Im Kreis hüpfen wir versuchen den Ball zu fangen! Ach! Heiheihei! Läuft würde ich sagen! Läuft würde ich sagen! Naja... Zerquetscht werden! Zerquetscht werden! Super! denn du musst hier den linken dann nämlich den hier da immer an da ich hab was gedrückt da oben ist ein Brunzer komm ich hier so durchgehen kundin da hin doch 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 mit der strahlen ach ok ich sehe hätte gepasst ja ja du musst aber hier da auf die diese plattform da weil die fährt gleich hoch ja genau dann hüpfe ich da rein und dann bauen sich dagegen und fast jetzt ja weiß ich wann ich hier zerquetscht werde ich kann hier nicht höher Aua die zerquetscher sind ausgeschaltet cool ach ok weil du da oben auf den Schalter gekommen bist du hättest jetzt auch hier meine Portale durchgehen können so so der nächste Bouncer ja ok 2 bau und bau und ready to bounce machst du vielleicht ein neues rotes portal ja ja ich suche gerade aber wo weil das geht hier nicht ok das heißt dagegen bauen sie jetzt wird es wieder kaffee tückisch müsste dann ah ne warte mal ich komme mal zurück ich komme mal auf oh ne ist auch doof ich hätte es gesagt ich mache hier noch ein Portal hin damit du da schnell aber das ist ja quatsch mach du mal auf hm ok warte mal das kommt gar nicht mehr raus Hilfe jetzt wird dem Laser irgendwas machen ich glaube eher nicht den Würfel da rein stellen der wird dann aber zerquetscht nein pass auf komm mal her her stell ich mal an die Tür ach so äh irgendwie so dann mach das mal geht aber nicht ich hoffe noch das wäre so meine Idee gewesen ah na pass auf so ja so ah noch besser ja noch besser griffst du von da wo du stehst ja dann mach mal unbelievable excellent i think you have earned a break from the official testing courses oh endlich ne Pause wir kommen jetzt schon an unsere Grenzen mhm ich hab bei diesem original Half-Life spielen ne extrem lange Ladezeit immer Counter-Spike, Portal, Half-Life ja die Engine ist ja auch nicht mehr so GANZ frisch waaaaaah fuck sehr gut 1 und 2 1 und 2 verlaufen okay also hier muss einer gegenhüpfen die Hupschel sorry äh nein tu es nicht naja äh blau wo bist du denn jetzt um die Treppen hoch du hättest auch bleiben können ahja rock knopf gedrückt aaaah pass mal auf was passiert jetzt das müssen wir wieder du drückst ja den Knopf kam der Hupf nicht mehr nach unten sondern nach oben und das müssen wir wieder zeitlich so abstimmen dass äh kam hochgeschossen sagt er ja muss ich da auf den Würfel warten oder soll ich einfach hüpfen Geronimo ich hüpfe einfach juhu geht jetzt ist ein Würfel da aaaah kacke zu früh hallo und N ist lang kannst du in den blauen hüpfen ja ich wollte gerade sagen das ist mir jetzt auch zu so ok dann bin ich ein etwas zu früh soll ich nochmal ja warte Achtung guck mal mhm fuck aaaah war ich auch wieder ein Stück zu früh müssen wir jetzt nur raus tüfteln mehr als hüpfen mehr als in den Tod springen kann ich nicht jawoll so wo muss er hin da muss er hin da und jetzt aaaah ok dann geht der Ventilator aus hier dann mal hin ok hier unten ist kaputt äh hier ah mhm ach scheiße ich hab an den oh fuck gerade so ja du musst hinterher kommen oder warte ich weiß es nicht ich kann sagen das ist ziemlich äh du musst hinterher kommen halt nein 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 warte maa warte maa hallo huu huu äh da kommt mir irgendwas komm einfach her muss er wieder warum nicht weil der Ventilator an ist dann mach den Laser doch stell den doch hin nee wenn ich ihn hinstelle kommt er da nicht ran ich muss ihn halten das ist das Problem das ist doch Quatsch ok hier gibt es auch einen Fan Shutdown aber hier gibt es keinen Laser aber ich kann hier grundsätzlich Portale setzen aber wenn ich hier wieder rausgehe hier ist wieder so ein Dings dazwischen ich kann hier ein Portal setzen na warte mal hier wenn du mal meine Ansicht hast ja na wie gesagt pass auf hier da den Laser den kann ich nur wenn ich ihn halte geht der aus aber ich kann hier ein Portal setzen hier ja dann bei dir Kraftwerk äh Kraftwerk sag ich schon Kraftwerk äh Kraftscheld das deine Portale weg macht weil dann würde ich gesagt dass du hier ein Portal hinsetzt das ist dann ja auch weg sobald ich da durchgehe ne ist da oben ein Kraftscheld also mach mal meine View an wenn du hast ja ah ok so warte hier ist so ein Ding und hier ist wieder eine Tür mit zwei Knöpen Hebel ja ok wir müssen erstmal den Laser hinkriegen das ist bestimmt voll einfach machen mach gerade nochmal den Ventilator aus ich komme von hier aber auch nicht mehr zurück also ich muss jetzt quasi hier bleiben bestimmt Stuhle warte hahaha warte mal warte mal was passiert denn wenn wir das so machen ich wollte sagen geh mal durch wenn gleich aus ist bin durchgegangen und jetzt ja kommt der Laser bei dir da oben an ach so manchmal aber nur manchmal mhm genau jetzt kann ich hier nämlich jetzt ist er ganz aus ne genau jetzt ist er ganz aus jetzt kann ich hier nämlich uiiii uiiii sagt er tritt mir nergst jetzt ist er schneller Sehr gut, du hast diese sinnvollen Blühre gefunden, aber ich brauche, dass ich sie sehen kann, damit ich sie sehen kann. Vielleicht gehen wir wieder kaputt. Poff! Poff! Wieder alles. Oh schön, dass es mitten im Satz abbricht, bzw. der Ladenbildschirm kommt. Wieder eine Stage-Clear. Eine Stage-Clear, Bitches! Wie hast du es? Wer ist der Babbo? Schau wo süßen der Babbo ist. Willkommen zurück zum Computer Intelligence Training & Enrichment Center Human Test Subject Research Center. Ha 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 ha!